Hm. Bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu versuchen... Hm. Okay, interessant. Aber ich dachte, das mit dem Tod seines Partners wäre länger her. Hm. Ja, ich bin schon dabei. Hm. Ist schon so einiges, gut. Ach, dankeschön. Jetzt können wir hier wieder einiges herstellen. Was haben wir hier? Franks Nachricht. Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht hier finden wirst. Weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch solltest du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt. Und ein Spießerturm. Ich wollte mehr vom Leben, und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer gejammert hast, rumgejammert hast. Ich habe sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Hm. Okay. Interessant. Tja. Dann wollte Frank wohl vor Bill fliehen. Kann ich verstehen. Hm. Okay, das ist zu. Okay. So, was können wir hier herstellen? Erstmal so eins. Gut. Dann, ein Messer wäre nicht schlecht. Das haben wir leider nicht. Da fällt eine Klinge, naja. Ja, wieder ein bisschen vollgeheilt. Gut. Okay, wir können weitermachen. Ja, wir können gehen. So, hier ist uns nichts mehr. Okay. Ist überall nachgeladen. Okay, gut. Schön. Okay, wir machen es. Mhm. Oh. Hat das Gefühl, das hat den Übel erwischt. Diese Nachricht. Ich werde es schon sehen. Habe deinen Fuß auf dem Klinge. Und wenn wir die Runde... Ich weiß, wie ein Klinge zu schreien. Wie zur Hölle? Du weißt, was ich nicht weiss, ich weiss, einfach nicht zu schreien. Okay, Ellie, bereit. Hm. Hm. Mhm. Ähm. Da sind ein paar Typen. So. So, schnauzeblöder Klinge und du halt aufs Maul. Stirb. Okay. Was haben wir... Was war hier? Hier war doch was. Ah, Besperschläger. Komm her. Okay. Können wir noch was mitnehmen? Irgendwas einsammeln? Wir brauchen Vorräte. Okay, wir sollen uns beeilen. Die kommen endlich. Was ist denn Mist? So. Gut, wir sollen uns beeilen. Keine Zeit. So. So, ich schieb weiter, mach... Du, oder auch nicht. Toll. No, Sir. Scheiß Klick, geh. Halt ihn auf. Gut. Ja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben nicht ewig Zeit. Ich habe das Gefühl, die kommen unendlich. So, halt sie auch. Shit. Wo ist denn der Klick? Halt's Maul. So. Wo ist denn das Klick? Boah, zurück hatte ich ein Messer, verdammt. Blöde Sack. Okay, beeilen wir uns. Schnell. Gut. So, nimm das. Na. So, schnell. Hoi, hoi, hoi. Wir haben es geschafft. All right, das wird's tun. Stopp! Hmm. Just keep her running, all right? That girl nearly got us killed. You gotta admit. She did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh, oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, uh... We square. We're square. And get the fuck out of my town. Hmm. Oh, man. Hey, what happened to sleeping? Oh, okay. I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. Hmm. I hate cliffhangers. Where did you get that? Uh, back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though. Oh, man. Well, better than nothing. Oh. I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How, how the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Um. I'm just fucking with you. Bye-bye, dude! Hmm. Yes. You know what? This isn't that bad. Once you try to give them sleep, right? I'm not even tired. Hmm. No, 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 no. Well, perfect. Oh, uh... Oh, uh... Screw it. Easy! Leave! Holy shit! Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. W-w-what about the guy? He ain't even hurt. Alone in the city, Come by, Beating by the man. Oh, lord. If you hear me, You keep my hand open. Oh, I'm not tired! Oh, I'm not tired! Na, toll. Was wär' auch schön. Na, wartet. I'm okay. I'm okay. Then get out. Quick! Oh, man, das schöne Auto. Alles umsonst. Oh, man, das schöne Auto. Oh, man. Oh, man! Oh, man, das kleine Auto. Oh, man. Oh, man, das ist ja. Oh, man. Oh, man. Oh, man, das Sagen. Du, Drecksack! Was denn Mist? Aber echt. Na, warte! So, Drecksack! Na, warte dir! So! Hm... Ich hab das hier noch für euch! Du Arsch! So! Shit! Komm schon! Okay, shit. Komm nur noch das hier. So, halt's Maul. Ach, diese Drecksäcke. So. Das werde ich mit euch auch tun. Das wird euch noch leid tun. Hm. Hm. So, schnell nachladen. Hm. Da ist einer, okay. Da kommt einer. Genau. Das war nicht das. So. Haben wir es jetzt mal. Verdammt. Ach. Verdammt. Puh. Ja, ich glaube so. Meine Fresse. Was waren das für Typen? Ach, dankeschön. Vielen Dank. Holy shit. Verdammte Drecksäcke. Okay. Wo sind wir noch hier? Wenn wir schon mal hier sind. Zum Tauschen. Ach so, okay. Hm. Ein bisschen Munition. Shit. Ich hab das hier. Aber sonst. Shit. Wir haben kaum noch Munition. Hm. Das ist nicht gut. Waren das die Hunters? Oder wie die heißen? Hm. Hm. Tja. Di-di-di-di-di. Hm. Okay. Was haben wir hier? Hm. Klebeband. Gut. Und hier. Bisschen Gier. Schön. Nein. Warte. Schau's mir gleich an. So. Okay. Das ist nix. Mist. Hm. Okay. So. Was haben wir hier noch? Hm. Überhaupt nix. Shit. Hm. Da drüben. Okay. Ja. Kein Moment. Ja. Was können wir herstellen? Fast nix. Hm. Mach mal lieber so eins. So. Hm. Hm. Gut. Verdammter Mist. Okay. Gehen wir. Ah, hier. So. Hm. Toh. Da geht's! Mal sehen, ob wir ein paar Pfeifen können. Um... Es gibt ein paar ziemlich gartige Sachen in hier. Allie! Okay. Okay, geht's! Hm... Hm... Was haben wir denn hier? What the fuck? Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Hm... What the... Fuckin' Hunters. Wirklich, sie sind doch die. Was ist das? Was ist das für eine Bombe? Rauchbombe, ach so. Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegner verbirgt. Der entzündet sich mit einer schüttenden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Können wir auch nicht sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können. Nutze das, wenn du unterlegen bist oder stürmen in eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Okay. Gut zu wissen. Ach die verdammten Hunters. Was? Hast du jetzt auch ne Waffe? Ach so. Okay. Da hast du jetzt auch ne Waffe in der Hand. Hm... Shit. Hm... Okay. So unschuldig sind die nicht. Die sind nicht so unschuldig. Was soll die Musik? Was soll die Musik? Was soll die Musik? Was gefällt mir nicht? Hm... Gut. Hm... Mhm... Okay, nachladen. So. Ah, nicht schlecht. Oh, Pilz. Schön. Was haben wir hier? Medikid verbessert. Ja, nice. Medizinisches Handbuchband 1, verbesserte Effektivität. Erste Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Erstens, stabiler Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen, wenn möglich. Sollten Gelenke ober und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Drittens, die Schiene muss sicher ober und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Fertens, durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung können angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Okay, interessant. Hm. Okay, was haben wir hier? Ah. Hm. Okay, ich glaube es ist die Zeit für den Bogen. So. Zeit dafür. Hm. Okay, was haben wir denn hier? Äh. 75, okay. Reicht nicht aus. Der Rest ist jetzt hier gerade unwichtig. Aus Reichweite vielleicht. Hm. So. Ziehgeschwindigkeit? Na ja. Mach ich mal. So. Was werden wir jetzt brauchen, den Bogen? Das sieht gut aus. Und da muss alles sitzen. Warte, was war da? Was haben wir denn da? Hinterhaltkarte. Okay. Ambers hier. Funeralcars hier. Okay. Busrägen. Distractions. Hm. Okay. Hm. Haben wir das ja ganz schön geplant. Hm. Okay. Oh. Ich glaube nicht, dass diese Leute hier sind. Ich glaube nicht, dass diese Leute hier sind. Die Leute sind infectiert. Es ist nicht wichtig. Es ist einfach zu spät, die zu retten. Da können wir nichts mehr tun. Sorry, ich muss immer durch. Ja, ich hoffe, das war's mit diesen Handtas. Okay. Hier ist der Bruch. Das ist unser Weg raus. Hm. Hey, Ellie. Lass dich. Warte für mich. Was? Hier? Wie geht's dir? Du lass mich zuerst gehen. Du bleibst dein Geist. Okay. Hm. Okay, wir müssen zur Brücke. Na toll. Wander schöne Auto. Alles umsonst. Die ganze Ärger. So. Das ganze einstecken müssen und so weiter. Hm. So. Di-di-di-di-di. Schön. Schön. Oh, gut. Etwas anderes, das du mich verrückt hast. Hm. Das ist großartig. Hm. Schön. Tja, ja. Okay. Pilz 25. Okay. Hm. Wurde man sagen, maximal Gesundheit als nächstes. Das hier gefällt mir nicht. Das da vorne meine ich. Hm. Hier ist nix. Oh doch. Was haben wir hier? Savage Starlight Terminierungsschock. Jetzt haben wir hier. Savage Starlight Terminierungsschock. Schön. Okay. Können wir jetzt auch Comics sammeln? Interessant. Hm. Das ist jetzt einmal das übliche. Wie sonst wo auch. Ach. Hm. Die, 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 die. Können wir reden? Okay. Was steht denn da? What happens, wenn der Food runs out? Was passiert, wenn das Food ausgeht? Das Essen? Tja. Dann geht der Kampf los. Um das letzte Stück Brot. Und alle werden verhungern. Und das gefällt mir hier nicht. Dort drüben. John. John. Hm. 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 Wir könnten die Munition gebrauchen. Aber andererseits. Die ziehen sie bestimmt weiter. Dann könnten wir vorbeischleichen. Hm. Okay. Hm. 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 Geht mal weiter. Okay. Okay. Hm. Okay. Das nehmen wir wohl los. Gut. Das hätten wir. Hm. 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 Innen statt. Ist ja toll. Hm. Hm. Und wir haben kaum Vorräte. Deswegen sollte man Kämpfe lieber vermeiden. Vorerst. Wir sollen hier lang gehen. Okay. Hm. Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir sind hier falsch. Hm. Hier. Ich glaube, wir müssen da vorne hin. Etwa hier hoch. Hm. Nicht. Hey. Woher bist du hin? Hä? Hey. Hey. Kannst du auf dem Bus hier? Also doch. Hä? Das habe ich ja gerade versucht. Also wir verarschen. Was? Was ist das? Was ist das? Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die leitende Cause der Gewalt in langfristigen Verhältnissen. Und... Ein stöder Freund. Das ist verrückt. Hm. Du bist verrückt. Ich verstehe sogar, was das bedeutet. Nein. Es geht nicht. Hehehe. Alright, ich bin fertig. Für jetzt. Hm. Schön. Ich liebe solche Gespräche. Hm. Oh shit. Hm. Wir haben kaum eine Zone. Verdammt. Wir werden da kommen. Hm. Hm.